Shit! Unser Bett ist kaputt! Hallo Leute und herzlich willkommen! Ich bin zurück aus Polen und mit mir dabei ist der bezaubernde Marcel Lovely Potato. Und ich mach mit dem Video, weil der hat vor kurzem... Erzähl mal, was ist los bei dir? Hä? Achso, du meinst den Umzug. Ey, jetzt hast du das schon verraten! Du bist doch so ein... Achso, du meinst du... Ah nein! Nein, das kennen die doch alle. Deine Abos sind doch alle auch bei mir. Die kennen auch meine Roku oder die Wichser. Okay, auf jeden Fall, ich bin zurück aus Polen und hallo und herzlich willkommen zum Video Bad Wars. Und ja, ich muss mal gucken in der Battlestaffel, die ja alle schon sehnlichst erwartet, dass das da mal langsam losgeht. Ich mach zwei Schwerter, eins für dich, eins für mich, okay? Oh, du bist so cute, ne? Ich hab das so vermischt. Und da baut sich schon einer, die bitte scheiße, muss ich da oben bauen, alter Dicker, da kommt schon einer, da ist dein Schwert. Hol dir dein Schwert und ich bau weiter. Hast du noch viele Blöcke? Ja, sieben. Äh, nein. Okay, komm, 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 bitte, bitte, wir müssen uns beeilen. Ja. Zerficken. Scheiße, das Bett würde... Ja, aber nicht unser Bett. Also Gold, 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 Gold. Und schnell zurück. Okay, direkt in die Mitte, direkt in die Mitte, äh, ne, zurück. Ja, natürlich. Oh mein Gott. Ich hab drei, du? Ich hab vier. Das reicht auf jeden Fall für einen Bogen oder so. Ja. Hier, warte, ich werf dir das gleich mal zu, hier. Nee. Doch, behalt du. Alter, 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 da kommt einfach schon Team Grün. Junge, Junge, du musst uns verteidigen, Digga, Alter. Ich hol mir schnell Bogen. Ich hol mir schnell Bogen, Alter. So. Ich hol mir schnell Bogen, Junge. Alter, Junge, Digga, ey. Ich schwör, Kapper. Äh, wir haben ein Problem. Ich hab nicht so viele Blöcke. Ne, ich hab nicht, weil ich einen Bogen hab, Schatz. Achso. Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall da. Oh, Schatz. Oh, Schatz. Ich wohne jetzt da, wo Doms und ich uns kennengelernt haben. Ja, nämlich im Rotlichtmiljöfen. Hamburg. So gut wie hier. Alter, der sollte aber langsam... Ja, nein, ich soll... Ich hab's immer noch drauf. Ja. Äh, warte hier, ich hab... Moment, das ist bestimmt auch ein Bogen. Das sind drei Gold. Und äh... Hier, bitteschön. Oh, danke. Ich denk doch mit, Schatz. Ich denk doch mit, Schatz. Warum kein Beef, Junge? Warum kein Beef? Ich scheiß das Geld nicht, oder? Ich scheiß das Geld nicht. Ja, ist gut. Muss ich mich mit so scheiß Schweinefleisch zufrieden geben? Ich hab dir auch noch eine Brustplatte gemacht. Ja, nett von dir. Ich hab aber auch noch sechs Eisen. Möchtest du etwas davon? Nee, ich... Ich brauch nur noch einen Pfeil. Ich hab nur noch einen Bogen jetzt. Wir können uns mal diese Dreckslederrüstung kaufen. Wir sollten uns eine Kiste machen. Ja. Ich hol grad Eisen. Ja, ich hab nicht. Hast du schon einen Bogen? Konntest du denn nicht leisten, ne? Ich hab doch... Bogen hab ich. Pfeil nicht. Kein Pfeil? Nee. Reicht's nicht dafür? Nee. Drei kostet einen Bogen. Wie viel hattest du denn? Drei. Achso. Du hast mir alles von dir gegeben, oder so? Ja. So, bitteschön. Hier liegt alles da. Dankeschön. Ne, vielleicht auch nicht. Ich kaufe mal ganz viel Lederscheiß, ja? Läuft bei dir. Kannst du auch noch ein paar Schwerder mit holen? Und dann sind wir, glaub ich, ja. Ich hab alles alles in die Tour gelegt. Aber gut, dann geh du. Willst du in die Mitte und ich soll hier aufpassen, oder? Ja, hier. Ich leg dir mal den Bogen hin. Ich brauch noch ne Stützhacke. Ich leg den Bogen auch einfach in die Kiste, ne? Ja, ich... Mir bringt nen Bogen grad nichts. Droppen die Gegner mittlerweile schon das Inventar, wenn sie sterben? Ne, ne? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Dann könntest du einfach einen in der Mitte killen, dann hättest du alles, was du brauchst. Nämlich einen Pfeil. Ohne Witz. Das ist mit dem Kaufen hier. Das regt mich so auf. Wir sollten uns jetzt nicht auf dem Gescheitelserber schweben, wo man einfach nur Sachen anklicken muss und nicht als Star eingeben. Das nervt mich ziemlich voll. Wir schreiben uns ein ByScript. Das ist doch ne gute Idee. Was? Wir schreiben uns ein ByScript-Rip, womit wir automatisch... Das wäre eigentlich gar keine... Ne, wir machen uns einfach ein Plugin, ja? Genau. Oder so ClickBot oder sowas. Ich wette, wir werden niemals dafür gebannt. Einfach, weil wir zu heftig sind. Einfach, weil wir die über Shit sind. Ohne uns kann der Server hier gar nicht existieren. Ja, ist auf uns angewiesen, ja? Ja, ich kauf jedes Mal Premium. Ich kauf jedes Mal Premium für 10.000 Leute. Ne, aber ist doch sowieso so, ne? Ich meine, die YouTuber haben ja nie gebannt, selbst wenn sie hacken, weil das Server braucht halt einfach hier, ne? Wir haben ja auch die höhere Range, ja? Klar. Wir haben den Ping-Vortal. Ich komme... Hinter mir ist einer. Hinter mir ist einer! Hilfe! 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 Oh Gott! Komm, fall runter! Fall runter! Ach, scheiße! Wir müssen das Ding da noch ein bisschen besser wegmachen, sonst kann man da nicht so schön schießen. Ja, ne, ich hab... Hast du mittlerweile ein Gold für den Fall? Ja, ich hab vier Gold sogar mitgebracht. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön, Mann. Sehr schön, schön! Super! Das sollte vielleicht mal, wenn ich diese scheiß Rüstung kaufe, mir die selbst anziehen, ne? Macht Sinn. Oh, Mann. Gut, Marcel, dann würde ich sagen... Ich heiße dich übrigens willkommen zurück. Hm? Warte, ich hole mir den da links. Da ist jetzt gerade nur Rot in der Mitte sowieso. Ne, da links. Ich hab gelb runtergeschossen. Gelb ist der eine gestanden. Da ist nur Rot und die kämpfen sich grad wieder an. Komm schnell in die Mitte. Komm schnell in die Mitte, bitte. On my way. On my way, bro. Mitte ist leer, Mitte ist leer. Wir können zu Gelb gehen. Gelb hat nicht viel. Den einen hab ich runtergeschossen, der andere ist immer in der Mitte verriegt. Okay, dann gehe ich jetzt in der Mitte. Wo bist du? Hinter dir. Hinter mir? Sehr schön. Obwohl, nein. Rot rennt zurück. Gut. Okay, warte, ich geh wieder in die Mitte. Du bist gar nicht hinter. Doch, ich hab nur geguckt wo Gelb ist. Äh, Rot. Aber nicht das Rot jetzt umgelegt. Ne, die sind zum Spawn gegangen, beide. Okay. Wo ist der ein Bett? Wo ist überhaupt das Bett? Keine Ahnung, Jäger. Doch, im Haus glaub ich, im Haus. Warte, ich geh den jetzt raus. A few moments later. Hä, hier ist kein Bett. Digga, Bruder, wo ist das Bett? Ich geh hoch, warte. Hä? Nice. Rot rennt zu uns, wir haben ein Problem, Bruder. Okay, warte, ich renne schnell. Bist du... Komm, komm, wir renne schnell dazu. Der ist bei uns. Der baut sich hoch. Das Bett ist... Ich glaub das ist oben. Ah, in dem Ballon wahrscheinlich oder so, ne? Ja, ich bin die ganze Zeit bei deren. Shit, unser Bett ist kaputt. Das Bett fallen hoch. Alter, Digga, das ist eigentlich voll dumm, dass ich jetzt in die Basis renne, wenn unser Bett eh kaputt ist. Ey, was der? Ich hab das Bett von denen. Das war voll dumm, warum mach ich so ne Scheiße eigentlich? Kannst du das mir mal erklären? Bist du gestorben? Ne, geredet noch. Ja, Mann, ich wurde abgeschossen, weil ich, ich wollte... Das ist voll dumm. Ich darf nicht in die Basis rennen, wenn unser Bett eh kaputt ist. Verstehst du? Der eine Gelbe lebt noch. Das ist richtig dumm. Ja, fuck. Richtig dumm hast du. Das ist so dumm, warum... Warum hast du mich dich davon abgehalten? Not Intolerant. Not Intolerant. Ja. Ja. Ja, egal. Komm, ich regel das jetzt für uns. Regel dann. Gelbes lebt noch einer. Grün lebt noch einer. Blau... Ach ne, grün sind... Wir sind blau. Du lebst doch noch. Ich bin tot. Ja, ne, Moment. Ich große dich jetzt so richtig. Okay. Bruder, mach das. Okay. Da ist keiner bei Rot. So, Marcel, pass auf. Ich will jetzt nichts sagen, aber Gelbes versteckt sich hinter dich, ne? Das liegt sich dann daran. Ja, ich Junge. Oh, war das knapp. Alter, Digga. Wenn du das packst, Junge. Was machst du? Das Bett von... Ach, das Bett von Grün ist tot. Hallo. Ja, Mann. Alle Betten sind kaputt. Verstehst du? Ah, okay. Du musst jetzt nur noch... Du musst nur noch die beiden Roten killen. Die... Marcel, wenn du einen Fall und Bogen hast, dann... Ich will dich ja nicht ghosten. Hab ich jetzt, glaub ich, auch nicht. Dann solltest du ihn auch benutzen. Bleib, auch wenn es eigentlich voll Assi ist, aber weißt du was? Verschanzt dich einfach. Lass sie zu dir kommen. Die sollen zu dir kommen. Bist du nur noch alleine? Die leben... Die leben nur noch alleine. Du bist nur noch alleine. Marcel, was machst du? Ja, es dreht euch jetzt nichts, eine Stunde lang nichts zu tun. Die sammeln sich das Gold und nachher sind sie untötbar. Wo sind sie? Nein, sind sie nicht. Du musst sie nur einmal runterschießen. Da sind sie. Keine Ahnung, wo sie sind. Ich ghoste dich doch nicht. Da ist einer. Der hat ein Eisenschwert. Jo, läuft bei mir. Bei ihm. Nicht bei dir. Ich glaub, du hast da was verwechselt. Das ist eigentlich voll gut, weil du bist höher als die jetzt. Also, das ist richtig praktisch. Ja, ich hab gleich auch genug Gold, um mir was Vernünftiges zu craften. Und ich bleib jetzt einfach in der Mitte hier. Wo du dir nichts craften kannst, ja? Sehr gut. Ja, ne? Dann kann ich ja gleich da langlaufen. Ja, natürlich kannst du das. So würde ich das auch machen. Ja. Ich glaub schon. Bitte stehe nicht zwischen Spielern. Oh ja, das ist so nervig. Bitte. Man merkt, dass das aber für dumme und klein ist. Ne, mittlerweile geht es ja nicht mehr mit dem Pfeil. Früher konnte man tatsächlich noch Pfeile dadurch blocken, was halt echt assi hoch 10 war. Aber mittlerweile ist es ja so, dass der Pfeil einfach durch... Das sieht für dich so aus, als ob er in dir hängen bleibt, aber eigentlich geht er locker durch dich durch. Das ist halt richtig dumm, weißt du? Weil eigentlich bräuchte man es gar nicht mehr. Weil man es mittlerweile anders gelöst hat, vor allem technisch. Ich hab jetzt 10 Gold mittlerweile. Wieviel brauche ich für ein vernünftiges Schwert? Keine Ahnung. Ich kenne das Spiel nicht. Was macht hier so komische Geräusche, Alter? Weißt du das? Wo sind die? Ich glaub, die haben sich irgendwie teleportiert oder so. Kann das sein, dass die... Es gibt hier so Items, wo man sich... Ja, die haben sich wahrscheinlich teleportiert. Ich versuch zu unserer Basis zu... Ist das doof? Geh mal einfach zu irgendeiner Basis. Ja, aber ich geh nicht zu... Da sind die. Ich geh jetzt... Okay, gut. Dann geh ich doch in die Basis. Wenn die auf der Seite sind, dann können sie mich hier nicht wunderschießen. Das ist absolut recht. Ja, ich weiß. Oh, wer wohnt denn der Ananas? Ganz die Familie, Spongebob, Spongebob, Spongebob. Ja. So, ich hab ein vernünftiges Schwert. Sollen wir jetzt noch so obligatorisch über den Film Kartoffelsalat auslassen? Über was? Wie? Wer wo? Kartoffelsalat. Nicht fragen. Nicht fragen, nicht fragen was? Ach Mensch, das ist doch wieder alles Käse. Hast den Film echt nicht gesehen. Schäm dich. Ich bin schwanger. Echt? Ja. Geil. Geil. Habe ich noch Gold? Ich hab noch 10 Gold. Ich hab noch eine Enderperle. Können wir, glaub ich, kaufen. Nee, 13 Gold. Fuck. Oh, nein! Was hab ich getan? Keine Ahnung. Ich brauchste dich nicht. Ich bin mal ganz kurz auf K. Du kommst schon ruhig. Ja, in der Aufnahme. Die fallen halt nicht einfach runter. Einfach nicht runter. Oh mein Gott. Oh, Digga. Ich weiß echt nicht. Ah, fuck. Ich bin gestorben, Mann. Mann, voll ätzend. Riech nervig. K. 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 Fick da fortz. Dominik ist AFK. Ich überbrücke jetzt die Zeit, solange bis Dominik wieder da ist. Machen wir das so. Wir gehen jetzt in die Mitte. In die Mitte. In Spawn. Und hüpfen hier ein bisschen rum. Ja, ja. Hm, super, super. Der geht einfach in der Aufnahme AFK, der Spacken, ey. Oh, Mann. Alter, ich schwör, ich glaub, ich hab das gerade aus Versehen gestreamt. Warte, was? Twitch-Video, weißt du? Willst du die Aufnahme stoppen und dann sehe ich so, what the fuck? Streaming stoppen? Du kannst auch beides laufen lassen haben. Ja. Können wir bitte das Ende der Aufnahme nochmal machen? Ich hab mich immer noch am Laufen. Ich hab auf dich gewartet. Okay. Können wir gerne machen. Gut. Ich mach jetzt Werbung für deinen Kanal, ne. Schau bei Dom so vorbei. Push den ein bisschen. Der hat's nötig. Danke, danke, Marcel. Alles klar, tschüss, Leute. Bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Tschöner. Tschöner.